Liebe Eifel3TV Zuschauer, heute hier von der Burg Niedeggen. Ich habe mich hier mal oben hingestellt. Es geht hier, glaube ich, gefühlte 20 Meter in die Tiefe. Wir haben einen Bombenblick auf die Eifel, wir haben richtig tolles Wetter und vor allem wir haben tolle Gäste, nämlich heute ein Interview mit Volker Rosin, wo ich mich speziell darauf freue, denn der König der Kinderdisco ist hier bei uns in Niedeggen. Ja, unter anderem werden wir auch noch mit dem Landrat sprechen, nämlich dem Schirmherren hier der Veranstaltung Bühne unter Sterne in Niedeggen. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Viel Spaß beim Zuschauen. So, da sind wir aus dem jüdlichen Zimmer, habe ich gerade erfahren, Eifel3TV und wir haben hier tatsächlich Tapello sitzen und Tapello ist The Voice Kids Finalist gewesen im letzten Jahr und damit du auch was sagen kannst, halte ich dir mal das Mikro hin. Heute auf der Burg Niedeggen, wie war es jetzt nach deinem großen Erfolg im letzten Jahr, wie ist es bis jetzt gelaufen? Heute hier Heimspiel? Also es hat sich viel verändert nach The Voice Kids. Ich habe eine große Fanbase bekommen auf Instagram, schon über 100.000 Leute und mein Leben hat sich einfach so verändert, dass Leute mit mir arbeiten wollen und ich halt weiter Musik machen werde. Und wie ist es so, hier in der Heimat aufzutreten, jetzt in Niedeggen oder hast du viele Konzerte direkt hier in Aachen oder in der Umgebung? Es ist eigentlich ziemlich cool, jetzt hier in Niedeggen aufzutreten. In Aachen habe ich bis jetzt noch kein Konzert gemacht, sondern in Köln eher. Und ja, es ist eigentlich ziemlich cool, hier zu sein. Hast du denn was, wo du aktuell so dran arbeitest? Irgendwie ein neues Stück oder Projekte? Ich schreibe jetzt sehr viele Lieder zu Hause und ich werde auch mit vielen Leuten zusammenarbeiten und was Großes draus machen. Du hast wahrscheinlich dich auch eben schon warm gesungen, vermute ich mal. Ich habe immer so ein bisschen was dabei. Ich bin jetzt nicht so der große Sänger, aber vielleicht hast du ja so spontan ein Lied, was wir... Ich rasse so ein bisschen, wo du sagst, Mensch, da kannst du was singen. Das ist immer cool, oder? So spontan. Okay, können wir machen. Können wir machen? Ja. Jetzt ist er gerade ein bisschen überrascht, so nach dem Motto. Okay, du, was machen wir? Wie heißt das Lied? Es heißt, I don't care. I don't care. Okay. Fängst du an, oder soll ich so ein bisschen... Fang du erst mal. Okay. Du musst mir nur sagen, wie schnell ich sein muss. Das ist jetzt natürlich entscheidend, sonst mache ich halt was verkehrt. Ein bisschen kleiner. We had a party, we don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie, yeah. Wondering if I could sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love it, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I'll feed him at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to feed him anyway? Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. And you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights. When I'm with my baby, yeah. Sehr gut! Fett! Das ist mehr so ganz spontan. Live für Eifel3TV. So, wir haben uns jetzt mal hier in die Loge begeben. Wir haben jetzt hier einen richtig tollen Blick auf die Bühne, wo gleich Volker Rosin auftreten wird. Und zu meiner Rechten steht der Herr Spelthahn, der Landrat des Kreises Dünn und der Schirmherr der Veranstaltung, Bühne unter Stern in Niedecken. Und zu meiner Linken Herr Morath, der Veranstalter der ganzen Sache, der das hier initiiert hat. Aber erst mal Herr Spelthahn, Sie als Schirmherr, wie ist das so eine Veranstaltung hier in Niedecken zu haben? Ja, das ist in jeder Hinsicht eine hervorragende Entwicklung. Zum einen profitiert Niedecken, profitieren der Kreis Dünn und die ganze Eifel davon, dass Menschen auf uns aufmerksam waren, die uns bisher nicht auf dem Schirm hatten. Zum Beispiel gestern waren Menschen extra aus Hamburg angereist, um hier Andreas Burani zu sehen. Bei Jamie Cullen waren sogar Menschen aus der Schweiz und überall hergekommen. Das ist ein Riesenpfund allein aus der Gründe der Wirtschaftsförderung. Und natürlich wertet es auch unsere Burg ein Stück weit auf. Und nicht nur in den großen Städten, sondern auch in der sogenannten Provinz kann Großartiges bewegt werden. Und wie kommt man auf so eine Idee, Herr Morath, das auf der Burg Niedecken zu machen? So eine große Veranstaltung mit diesen Topstars? Ja, die Idee ist ja nicht neu. Es hat es ja hier schon gegeben auf der Burg. Und ich bin froh, dass man mich dann auch mal irgendwann mit ins Boot geholt hat. Wir machen das ja hier in Kooperation. Das ist eine wunderbare Zusammenarbeit. Und die Burg selber, das muss man wirklich sagen, bietet eine ganz ausgezeichnete Infrastruktur, ist verkehrstechnisch sehr gut zu erreichen. Und die Stars, die hier sind, sind auch alle total geflasht von allem, was sie hier sehen, von der Atmosphäre. Und einige versprechen sogar schon wieder zu kommen. Was ist denn für die Zukunft geplant, fürs nächste Jahr? Wissen Sie da schon was, Herr Speltan? Die Tradition der Festspiele hier geht ja schon in das Jahr 1923 zurück. Da hat es hier erstmalig Aktivitäten gegeben. Die Burg gehört dem Kreis. Und wir sind natürlich dankbar, mit Herrn Morath einen sehr erfahrenen Menschen gefunden zu haben, der mit der Region verbunden ist und der gleichzeitig den Charme hat, Künstler auf unsere Region aufmerksam zu machen. Wir arbeiten extrem gerne mit ihm zusammen. Und wir verlassen uns da ein Stück weit natürlich auf seinen Urteil, was passt hier. Wir müssen besondere Rahmenbedingungen beachten. Die Burg ist zum einen sehr charmant als Austragungsort. Jeder schwärmt vom Flair. Auf der anderen Seite muss jedes einzelne Element der Bühne, jeder Stuhl, muss händig hineingetragen werden. Weil im Mittelalter war man ja nicht auf Konzerte vorbereitet, sondern hat mal die Burg gebaut, damit man sie möglichst schwer erreichen kann, besser verteidigen kann. Und diesen Umständen rechnungtragend, wollen wir natürlich ein passendes Programm weiterentwickeln. Und da haben wir den Besten bekommen, der uns da helfen konnte. Und deshalb sind wir dankbar, dass wir hier eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart haben. Herr Morath, das heißt, Herr Speltern spielt den Ball wieder an Sie. Mit wem können wir denn im nächsten Jahr rechnen? Gibt es da schon Gespräche? Also zunächst einmal müssen wir 50 Prozent von dem, was der Landrat gerade gesagt hat, abziehen. Nein, ich muss da wirklich bescheiden bleiben, bin ich auch. Aber es macht halt Spaß. Und ich denke, dass es immer eine Herausforderung bleiben wird, Stars darauf aufmerksam zu machen, dass es auch in der sogenannten Provinz wunderbare Spots gibt, in denen man tolle Konzerte geben kann. Und das ist natürlich ein Stück weit viel Arbeit, ist auch viel Glück dabei, selbstverständlich. Und die Mischung muss stimmen. Wir haben das ja jetzt gesehen, wir haben ein Festival Reigen in dieser Region. Wir hatten auch gestern wieder viele Paralleltermine. Und dennoch war unser Konzert mit Andreas Burani ausverkauft, will sagen, stimmt die Qualität, kommen die Menschen. Das ist eine Herausforderung, aber der stellen wir uns alle sehr, sehr gerne, weil wir von der Qualität unserer Veranstaltung auch überzeugt sind. Qualität, das ist immer so ein Zauberwort. Die ist für alles andere entscheidend und der Rest zählt weniger. Herr Spelthahn, jetzt gleich tritt Volker Rosin auf. Hand aufs Herz, großer Volker Rosin-Fan. Ich fürchte, ich bin da schon ein bisschen zu alt. Aber wir haben ja ganz bewusst eine gute Mixtur angestrebt und erreicht. Das Familienfest heute rundet erfolgreiche Festspiele 2019 ab. Und ich bin der Meinung, wir müssen jeder Zielgruppe auch ein vernünftiges Angebot entgegensetzen. Und das oberste Merkmal ist Qualität. Und Volker Rosin, auch wenn ich jetzt nicht jede seiner CDs Tag und Nacht höre, ist aber dafür bekannt, dass er sehr empathisch, sehr wertschätzend gerade auf diese Zielgruppe der Kinder und Familien zugeht. Und deshalb sind wir dankbar, dass er heute bei uns ist und dass wir somit ein schönes Programm speziell für die Familien anbieten können. Herr Morda, eine letzte Frage. Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre? Für die Veranstaltung natürlich. Viele Zuschauer, gutes Wetter, tolle Konzerte und dass die Bühne unter Sternen irgendwann einen ganz, ganz, ganz festen Platz im Veranstaltungskalender der Eifel hat. Das ist ein Wort. Ja, immer noch auf der Burg Niedecken und jetzt hier mit unserem großen Interview, auf das ich mich sehr gefreut habe, nämlich mit Volker Rosin, dem König der Kinderdisco. Ist das eigentlich Fluch und Segen, König der Kinderdisco? Oder ist das... Das ist ja ein Titel, den wir die Kinder verliehen haben. Ich bin ja einer der meistgespieltesten Kinderliedermacher in Europa und irgendwie kam dann mal so der Spaß auf. Es gibt ja den Jürgen Drews, der König von Mallorca und du bist für die Kinder eigentlich so der König und ich finde das jetzt nicht schlimm. Also mir macht das Spaß, ehrlich gesagt. Ich kann damit leben. Das ist wichtig. Und wir sind ja heute hier auf der Burg Niedecken. Wir haben gerade eben schon mal ein bisschen geguckt, Volker. Einmalige Atmosphäre. Also ich muss sagen, sensationell. Das ist wirklich schön und ich freue mich sehr auf den Aufsicht gleich, weil man hat einen tollen Blick auch und es fühlt sich einfach auch schön an, ehrlich gesagt. Auch als Künstler. Man steht ja auf vielen Bühnen dieser Welt und wenn man dann wirklich mal so etwas ganz Besonderes hat, dann ist man auch ein bisschen aufgerecht. Was steht aktuell so bei Volker Rosin an? Du bist viel unterwegs, habe ich gesehen. Genau. Gestern warst du in... Gott, wo war das denn eigentlich noch? Das war in Ersten, auch einer Burganlage. Ah, da bist du ja schon gewohnt. Zwei Tage hintereinander. Das war eine Burg, Domänenburg in Ersten, das ist bei Hameln. Und ja, jetzt geht es erstmal ein bisschen, ein paar Tage in Urlaub nach diesem Auftritt hier. Und am 21. geht es los mit der großen Nordsee-Tour. Da bin ich dann in Borkum, Bensersiel, Langeoog, Juist, Norderney. Also das macht natürlich dann auch Spaß, mal direkt am Wasser zu spielen. Das heißt, noch lange nicht vorbei. Bei dir geht es richtig gerade erst los. So muss es sein. Mensch, Volker, kennst du Monschau? Na klar, Monschau, nicht in der Eifel, ne? Richtig, genau, korrekt. Und da gibt es was ganz Spezielles, was du kennst. Also da gibt es so was zum Essen. Äh, okay. Belechtes Brötchen? Auch, ja. Also im Endeffekt, ja. Eine Frikadelle? Und da kann man, ja, das ist gut. Methappen? Und da kann man was drauf tun, nämlich Senf. Das heißt, ich überreiche dir... Monschauersenfmühle, das ist ja toll. Den Monschauersenf und normalerweise ist es so, jetzt habe ich heute den Löffel vergessen, ähm, könnten wir natürlich jetzt machen, weil man wird... Normalerweise probieren alle Gäste immer. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Das ist das Urrezept, kennst du das Urrezept? Nein, kann ich jetzt nicht sagen. Ich komme ja aus Düsseldorf, wir haben da auch den Löwensenf natürlich, aber den Monschauersenf kenne ich noch nicht mit dem Urrezept. Werden Sie auf jeden Fall bald probieren, jetzt, wie gesagt, ein paar Tage Urlaub. Dann werde ich mal den Grill anschmeißen und mit leckeren Würstchen schmeckt es bestimmt besonders gut. Weißt du, was der Unterschied zwischen Monschauern und Löwensenf ist? Ja, der Monschauersenf kommt aus Monschau und der Löwensenf kommt aus Düsseldorf. Volker, vollkommen recht. Mensch, du hast ja gut erkannt. Nein, das ist tatsächlich der Monschauersenf, das wirst du beim Runtergehen merken, der geht so ein bisschen leichter ab. Der brennt nicht so wie der Löwensenf, obwohl der Löwensenf ein ziemlich gutes, muss ich sagen. Das wirst du auch merken und wir freuen uns natürlich auf eine Rückmeldung von dir. Ja, du bist ein Senf-Sommelier, glaube ich. Kann das sein? Ja, wir müssen... So wie du sprichst, also hat einen leichten Abschang. Das ist schon sehr schön, das freut mich. Aber kommen wir wieder zurück zur Burg Niedegen hier. Bühne unter Sternen. Was wirst du denn gleich aus deinem Repertoire spielen? Kannst du da schon so aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, es ist ja so, dass ich in diesem Jahr mein 40-jähriges Jubiläum feiere und da sind natürlich eine ganze Menge Hits dabei entstanden. Einige werde ich heute sicherlich präsentieren. Singe der Känguru, der Gorilla mit der Sonnenbrille. Aber es sind auch ein paar neue Titel dabei. Baby High zum Beispiel oder mein Dankeschön an alle kleinen Fans. Kinder sind das beste Publikum. Jetzt sind wir hier und ihr kennt das mittlerweile. Kasala hat schon mit mir gesungen. Also ich eigentlich mit Kasala, so muss man es rum sagen. Ich durfte mitsingen, sagen wir es einfach mal so. Und natürlich habe ich mir auch gewünscht, mit Volker Rosin heute singen zu dürfen. Lieber Volker, lass uns so ein Klassiker singen. Was hältst du von das Lied über mich? Oh, das kenne ich ganz gut. Ja, das ist... Kennst du? Ja, das ist heute auch im Programm. Oh, das ist gut. Dann können wir... Guck mal, ich kann so ein bisschen mitrasseln. Okay. Soll ich anfangen? Ich fang an und du singst... Okay, so machen wir das. Es gibt Lieder über Hunde, wau, wau, wau. Und auch Lieder über Katzen, miau, miau, miau. Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht. Und das ist das Lied über dich. Ich hab Hände sogar zwei und auch Haare mehr als drei. Ich hab einen runden Bauch und ne Nase hab ich auch. Ich hab links und rechts ein Bein und ein Herz doch nicht aus Stein. Und jetzt winke ich dir zu, hallo du, du, du. La 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 la. Hey, also großartige Stimme. Vielleicht solltest du mir überlegen, nochmal Sänger zu werden. Ja, mal gucken. Das ist doch brachlos. Ich muss ja dazu sagen, es ist ja so, du hast ja Mama Lauda gecovert und das ist sehr erfolgreich, muss ich sagen. Das kommt ja in Kinderkursen wirklich Bombe an. Aber eine Sache, ich gebe unter anderem auch Kinderkurse. Ich tanze auch sehr viel mit deinen Liedern. Aber was fehlt, vielleicht so ein kleiner Tipp, hör mal Johnny Depp. Das noch auf kindermäßig, hast du auch schon drüber nachgedacht? Ja, es gibt einige Vorschläge, Johnny Depp, Helikopter 17 gibt es da glaube ich auch. Also es gibt da so einiges, aber es soll eigentlich auch nur so ein kleiner Ausflug in die Ballermann-Szene gewesen sein. Also ich will jetzt nicht als der Ballermann-König der Kinder in die Annalen eingehen, also auf keinen Fall. Also im Vordergrund stehen nach wie vor auch meine eigenen Songs. Aber es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, so einen Titel wie Mama Lauda zu bringen, der ja auch dieses lustige Wortspiel eben auch hat. Ich fand es auf jeden Fall cool. So Volker, um langsam zum Ende zu kommen, weil du musst dich noch vorbereiten. Wie sieht eigentlich so eine Vorbereitung bei dir aus? Also in einer Dreiviertelstunde geht es los. Was machst du da? Yogaübungen oder? Nö, nö, nö. Also ich habe einen Tessi Kaffee mir bestellt und werde auf jeden Fall so eine Viertelstunde vorher ein paar Stimmübungen machen, mich ein bisschen einsingen und ein paar Dehnübungen machen. Aber es ist eigentlich ganz locker. Also da auf der Bühne geht es dann richtig ab. Also das ist schon ein Fitnessprogramm dann auch. Da merkt man den Profi. Möchtest du unseren Eifel3TV zuschauern? Vielleicht noch irgendwas mitgeben, einen coolen Gruß in die Eifel. Da hast du jetzt die Möglichkeit. Ja, also ich muss sagen, ich finde es unheimlich toll, dass ihr in einer Gegend wohnen dürft, wo andere Urlaub machen. Die Eifel ist wunderschön und bleibt mir gewogen. Und ja, singt mehr mit euren Kindern, spielt mit euren Kindern, nehmt euch Zeit für eure Kinder. Denn Kinder sind unsere Zukunft und ja, die Kinder haben es auch verdient. Mit diesen Worten, ich habe nichts hinzuzufügen, wünsche ich noch viel Spaß hier auf der Burg Niedecken. Volker ist heiß, der will gleich auf die Bühne drauf. Ich danke euch und ich habe mit Volker Rosin gesungen. Shake it, baby, shake it. Habt ihr eure Stimmen mitgebracht? Ja! Dann könnt ihr natürlich auch alle mitsingen und tanzen. Wollen wir natürlich auch, das ist ja ganz klar. Und ich würde sagen, wir legen sofort los. Und zwar volle Kraft voraus. Bitte Musik ab! Und alle Arme die Höhe! Jetzt ruft der Vogel auf dem Dach. Alle Kinder sind schon wach. Aus dem Stall rum fängt der Stier. Auch die Eltern sind schon her. Jetzt beginnt der Liederspaß. Auf dem Moschenglönen-Gras. Alles klar, auch keiner dann. Fangen wir zu springen an. Volle Kraft voraus. Heute war's, wenn wir saß. Heute bin ich der Partykapitän. Und wie alle Kinder tanzen sehen. Ander hoch und leiner los. Heute ist die Stimme groß. Ich bin heute der Partykapitän. Und will euch tanzen sehen. Und dann geht's los, Freunde. Mit der Musiker ab. Hier kommt Tanzfieber. Ich will kein Haus. Ich will kein Pferd. Ich will kein Auto. Und kein Schwert. Ich will nicht dies. Ich will nicht das. Ich brauche nur den Disco-Bass. Denn ich hab Tanzfieber, Tanzfieber. Tanzfieber, Tanzfieber. Ich will diesen Einflug. Der mich jetzt zum Tanzruf. Ich will Tanzfieber. Ich hab Tanzfieber, Tanzfieber. Tanzfieber, Tanzfieber. Ich will diesen Disco-Bass. Der mich jetzt zum Tanzfieber. Ich will Tanzfieber. Ich will Tanzfieber. Ich will kein Boot. Ich will kein Geld. Ich will kein Blatt. Ich will kein Zelt. Ich will nicht dies. Ich will nicht das. Ich brauche nur den Disco-Bass. Der mich jetzt Tanzfieber, Tanzfieber. Tanzfieber, Tanzfieber. Ich will diesen Einflug. Ich willлекer Northern Get Ärzen und Tanz und singen. Ich will Tanzfieber, Tanzfieber. Tanzfieber, Tanzfieber. Ich will diesen Disco-Bass. Der mich jetzt zum Tanz zu singen. Ich will Tanzfieber, Tanzfieber. Ich will sein, will keine Stern und keine Fee, will keine Perl und keine Tee, ich will nicht dies, ich will nicht da.